Ist das scharf? Boah! Mama! Hallo bei den Spielzeugtestern. Puppi und Johanna sind gewachsen. Wir gehen jetzt einkaufen und sie müssen sich aber noch ein bisschen stärken, weil sie haben Hunger und ich habe auch sehr Hunger. Wir wollen zu C&A mal schauen, ob wir neue Klamotten bekommen für die beiden großen Mädels. Aber vorher wollen wir uns ein bisschen stärken, ne? Was wollt ihr, meine Küche? Ist die Pommes mit Ching Nuggets oder Pommes mit Fischstäbchen? Äh, Pommes mit Fischstäbchen, Pommes mit Fischstäbchen. Beide das Gleiche? Ja. Sonst hätte ich gesagt, der eine das und der andere das und dann können sie tauschen. Nein. Oder teilen. Beide lieber Fisch heute? Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Ist das scharf? Das ist kein Ketchup-Schnucki. Papa, das ist gut. Genau, das ist jetzt für Püppi, weil die ist ja noch ein bisschen kleiner. Die darf in den Tragerucksack und das ist für Johanna. Ich habe Johanna schon in den Kinderwagen gesetzt. Jetzt schneide ich noch mal Baby One fest in meiner Bauchtappe. Sie ist sogar wach. Ja, sie ist. Ich dachte, sie schläft. Ist gemütlich? Ja, ist gemütlich. Oh Mann, hier fahren jetzt gerade so viele Autos. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, sie ist gut. Gar nicht so einfach mit zwei Kindern, ne? Nein. Super. Oh, es ist drin. Gut, dann rüber, schnell. Oh, verpasst. Ne, klappt doch. Oh, haltet euch fest. So, haltet euch gut fest beide. Gut fest, die rücken los. Oh, ich glaube, Johanna muss ein Tick höher. Die hat das Ding in der Stirn. Ja. Mama, Mama, ja? Ich mache keinen Kuschel. Ich mache keinen Kuschel. Ich mache keinen Kuschel. Habt ihr nicht genug Kuscheltiere zu Hause? Aber nur eins. Jeder eins? Ja. Da sind auch Minions. Ich möchte Minions. Hinten in der Ecke. Oh nein. Mit Sträflingskleidung. Nein. Schneewittchen. Schneewittchen oder? Ach, da ist Schneewittchen. Das ist da auch. Ja, tatsächlich. Aha. Das ist eine 42. Das könnte passen. Häng mal vorne ran. Auch eine 42. Meinst du? Das sieht riesig aus, Schnucki. Hier ist ein... Zwei Bodys. Okay. Das ist auch praktisch, weil dann hält die Windel besser, weißt du? So was hast du auch angehabt. Na, hast du da hinten was gefunden? Nein. Mama, können wir das in der Umkleidekabine anprobieren? Welche Größe ist das? Eine 5 und eine 6. Oh. Ja, das müssen wir echt anprobieren in der Umkleidekabine. Das klingt sehr groß. Guck mal hier, die letzte da, links oder rechts, ist egal. Hier sind aber da oben. Ja, da hängt tatsächlich ein Schlüpper. Ja, das ist ziemlich groß. Jetzt kann ich es sehen. Ja, so ist das mit zwei Kindern, ne? Ja, ich habe es mit mir. Mami, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, Klamotten anzuziehen. Ich habe keine Lust mehr, Mannschaft. Warum denn? Ich bin doch bereit. Für mich sage ich jetzt das Papier. Findest du? Ja. Sieht sehr schön aus. Mama, sie hat ein schönes Kleines. Und? Wie gefällst du dir, Johanna? Ich finde es noch nicht. Ich muss jetzt auf die Hüte rein. Ah, okay. Dann habe ich den Schlüpper oben mit drauf. Das geht ja nicht da oben hinschlüppern. Jetzt haben wir alles gefunden. Und das ist unsere Ausbeute. Ja, ich glaube, das langt auch, ne? Erstmal. Auf jeden Fall jede Menge Bodys, ne? Guck mal, das ist das erste. Das sind Bodys? Ja, ein Body mit Enten. Ein Body mit Enten-Kümpfen. Süß. Hier ist noch sowas. Wenn eine andere Stimme. Viele Butches. Und ein Haar. Mhm. Ein Nicky-Stoff ist richtig weich. Und der ist auch echt süß. Mhm. Das ist ein Strampler, Schnucki. Ein Strampler ist das. Was steht da? Sleepy Baby. Müdes Baby. Und das sind auch noch... Das ist ein Strampler noch? Noch ein Strampler. Ja, und das da... Ne, das weißt du, was es ist, ne? Das ist das Kleid. Das ist etwas zu große Kleid. Aber ich glaube, das geht. Ja, das geht. Hallo. Für ein Baby einkaufen. Haben Sie eigentlich auch so Kleidchen und sowas in 42? Haben wir nicht gefunden. Wir haben nur so Strampler und... 42 weiß ich nicht. Selten. Weil das passt genau der Puppe deswegen. Ach so. Die sind... Ja, tatsächlich, wirklich. Die sind 43 Zentimeter groß und deswegen passt das genau. Aber da ist ja wenig da. Oh nee, das ist ja, dass es wirklich wirklich Frühchen lang wird. Ja. Ja, sei gleich. Möchten Sie eine Tüte lassen? Nein. Danke. 38,50 Euro. Kannst du dir meine Frau auch warten, Mama zu sehen? 1,50 Euro. 1,50 Euro. Danke schön. Und ihren Kassenraum. Danke. Gerne. Meinst du, sie sieht da noch was? Ja. Tatsächlich. Super. Klasse. Dann kommt sie an der Decke, falls sie kalt wird und falls sie nass wird. Einkauf auf, halt rein. Wow. Mama. Mama. Oh, Schätzchen. Ich glaube, sie ist müde langsam. Wollen wir dann nach Hause? Wollen wir uns verabschieden? Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss, Johanna. Und tschüss, Püppi. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Tschüss. 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 Tschüss.